Hola, grüße euch zur nächsten Programmvorschau. Hauptpunkt ist, was haben die Impfungen mit dem Nürnberger Kodex zu tun, beziehungsweise umgekehrt, und dann noch so einiges aus unterschiedlichen Bereichen. Aber ja, das hier ist tatsächlich der kriegsentscheidende Punkt, der kommt dann auch am Anfang. Könnt ihr dann schauen bei VK Babicu, die sich den Trailer bei Wagenus TV aufrufen, entsprechend den Link kopieren in die Browserzeile ab damit, und dann vielleicht bis gleich. Tschüss!